Hallo und Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Syndicate. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Geheimnissen. Das ist eine Kirche. Das ist wieder irgendwo auf dem Hinterhof. Das ist eine Kirche. 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 Gucken wir uns doch mal von der einen Sicht. Schauen wir mal auf die Karte. Wo ist hier eine Kirche? Wo war hier eine Kirche? Hier auch. Es household ist ja da. Karte an świate. Genau là. So, dann schammeln wir mal rüber. Ich schang mir mal, Ullgum. Oh, fuck. Ich tat ein bisschen weh. Mal gucken, wo sie jetzt ist. Die Ebi. Die Ebi. Es ist gut, aber es ist gut. Wurde ich hin? Irgendwo wollte ich hier. Mal gucken, wo in die Kutsche ist. Klaus war ne Kutsche. 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 Klaus war ne Katsche. Das ist ein schönes Möchchen. Das ist ein Möchchen. Gutes Mädchen. Gutes Mädchen. Dann fahren wir mal hier lang. Dann fahren wir mal hier. 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 Ja, da ist eine Uhr drin. Dann fahren wir mal hier. 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 Hier, komm! 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 Hier, komm!